Ja, Böni, vielen Dank für die Nominierung, auch wenn ich der einzig wahre Mittelfranke von uns bin und ich zeige euch jetzt mal, wie das Leben hier in Wolframs Eschenbach abläuft. Musik Also wie ihr seht, gibt es hier einiges zu tun und damit ich jetzt mal sehe, wie unsere Wohnung ausschaut mittlerweile, nommiere ich meinen Mitbewohner Marco Hüller. Musik